Das Pokalfinale 2017 reloaded. Nur diesmal eben eine Runde vorher, Halbfinale im AOK-Landespokal zwischen dem BFC Dynamo und Viktoria Berlin vor 1689 Zuschauern und mit Patrick Brendel. Der ist im vergangenen Sommer von den Himmelblauen zum BFC gewechselt, trifft jetzt also auf seine alten Freunde und Kollegen. Die Viktoria in den Himmelblauen Trikots von rechts nach links. Es dauerte ein wenig, bis die Partie an Geschwindigkeit gewann. Dann aber Geyretz und Articci und die erste gute Möglichkeit der Partie durch Marco Cicora. Viertelstunde durch, dann der BFC auch mal mit der ersten offensiven Aktion. Malen Barna findet Chris Rea und er hat das Auge für Kemal Aticci und das 1 zu 0 für den BFC in der 17. Spielminute. Der Winterneuzugang von Lok Leipzig, der im Viertelfinale bereits gegen Blau-Weiß getroffen hat. Jetzt hier mit dem ersten Tor der Party. Kurze Zeit später, Ecke BFC, die ist schnell geklärt und Viktoria mit Konterfokus. Timo Geyretz und Zündung über die halbrechte Position, sucht und findet junge Abiol Gretsche noch dazwischen. Und dann Bernhard Händel am Ende da, danach Offensivfoul gepfiffen. Die nächste gute Möglichkeit für die langsam besser werdende Viktoria. Kurz darauf ein Freistoß, der ist lang und hoch und da ist Timo Gebhardt und der Ball geht auf die Latte. Der sechsmalige Champions-League-Spieler mit dem VfB Stuttgart verpasst hier nur knapp. Spielerisch sahen wir gute Angriffe auf beiden Seiten. Das ist Chubuccio, kein Abseits und Atticci mit dem zweiten. Atticci nicht mit dem zweiten. Pausenstand 1 zu 0 BFC. Durchgang 2, Standard im Naturell der Partie gefährlich. Malen Bahner und Andi Latte. Jetzt steht 1 zu 1 nach Aluminiumtreffer. Andere Seite, selbe Situation. Timo Gebhardt macht sich bereit. Und Rumpf 1 zu 1, 55. Minute. Viktoria gleicht aus. Timo Gebhardt in der Regionalliga in der Saison zweimal getroffen. Im Pokal jetzt auch. Und das hier sogar richtig gut. Und Jörg Gossler zeigte an. Weitermachen, Brust raus, früh attackieren, dadurch Chancen kreieren. Das war das Credo der Viktoria. Und das setzten sie jetzt auch um. Sehen wir hier. Doppelpass. Dann Scharkowski bricht durch über die rechte Seite. Scharkowski. Ein Schuss getarnt als Flanke. 90 Minuten rum. 1 zu 1. Es hieß einmal kollektives Luft holen für die Verlängerung in einem kräftezehrenden, spannenden Halbfinale. Gehen wir rein. 102. Minute. Eckball BFC. Und wir haben da so eine Szene aus Durchgang 1 noch im Kopf, wo eine Ecke von Dynamo direkt in einen Konter der Viktoria mündet. Und so war es hier auch. Langer Ball auf Timo Gebhardt. Gebhardt gegen Rausch. Der lässt den liegen und setzt den dann knapp wenige Zentimeter links am Kasten vorbei. Zweite Halbzeit der Verlängerung. Die Gäste betreiben einen riesen Aufwand. Luftloch von Brendel vom ehemaligen Viktoria-Spieler. Wir haben eingangs über ihn gesprochen. Und das öffnet die Tür für Nick Amatay. Scharkowski. 107. Spielminute. 1 zu 2 für Viktoria. Patrick Brendel schätzt diesen Ball falsch ein und pflastert damit den Weg für Scharkowski. Der Viktoria belohnt. Was für eine Geschichte. In der Folge das Motto von Dynamo. Volles Rohr. Offensive. Das bringt Chancen für Viktoria. Timur Geiret. Geiret. Wunderschöne Bewegung. Dann will er den unbedingt mit dem Linken reinbringen. Bleibt beim 1 zu 2. Und es sollte nochmal richtig spannend werden. 119. Minute. Der BFC nochmal über Brennstedt. Bringt den Ball in die Mitte. Und von da kommt er natürlich zu Patrick Brendel. Und er hat die riesige Möglichkeit, seinen Fehler wieder gut zu machen. Setzt den ans Lattenkreuz. Chance lebt noch. Attici probiert über die rechte Seite noch was zu initiieren. Wird nichts mehr draus. Es reicht nicht. Viktoria Berlin siegt beim BFC Dynamo nach 120 Minuten Aufwand mit 2 zu 1. und steht damit im Pokalfinale. Die Freude ist groß bei Jörg Goslar. Ja weißt du, das sind genau diese sportlichen Herausforderungen, die ich entmag. Ja, uns hat jeder im Januar totgeschrieben. Ja, wir haben sicherlich Kompetenz und Stabilität verloren. Da waren die Ziele aber auch noch Aufstieg in dritte Liga. Ja, ähm. Dann haben wir es schon versucht, mit einem Wir-Gefühl, jetzt erst recht. Und das war wirklich harte Arbeit. Das hat mit Technik-Taktik nichts zu tun. Das hat gerade in der Regionale mit Menschen zu tun. Ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht. Ähm. Auch auf die Hoffnung hin, dass man eben nicht nur weiterhin Vollzeitfußball spielen kann, sondern auch letztendlich auch was erreichen kann. Und dann ist das schon ein innerer Vorbeimarsch. Ja, wenn man, ähm. Dann auch so in die Rückrunde startet. Sicherlich auch wieder eine Entwicklung ertragen muss, dass man jetzt in fünf Spiele, aber da sind auch personell begründete Dinge vielleicht nicht gewonnen hat. Aber wir kriegen mit dem Abstieg nichts zu tun. Und dass man dann nochmal das Jahr beenden kann mit einem Titel, ich will nicht von Genugtuung sprechen, das ist einfach eine Bestätigung unserer guten Arbeit. Wir hatten genug Möglichkeiten, das Ergebnis in die Richtung zu drücken, dass wir halt in den 90 Minuten halt weitergekommen wären. Aber das ist nur kein Wunschkonzert. Wir kriegen einen Ausgleich. Wir müssen dann über die 120 Minuten gehen. Und dann ist es natürlich bitter, dass man dann, ich sag mal, durch einen Konzentrationsfehler ausscheidet. Und Patrick Brendel, sein Fehler führte zur Führung der Viktoria. Er vergab die große Chance in der 119. Minute. Er ist ohne Zweifel der tragische Held dieses Halbfinals. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.